hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren partie wir legen uns ins bett und warten darauf dass wir über uns weg geht ich bin im bett ich bin auch schon ganz schön müde oh gott soviel ist allerdings jetzt kommen raus so wir sind immer noch dabei uns den größten lavatank der der menschheitsgeschichte zu bauen größten lavatank der menschheitsgeschichte dann bin ich ja mal gespannt das ist natürlich jetzt kacke war das kacke so passt so wird sie macht so wie sie sehen liebe zuschauer sehen wir nichts doch sie sehen eine menge ich habe so viel da war ich kann damit was ist das denn was ist da los bei mir bei mir ist alles gut würde sich gar nicht so schön ist alles auf sich geschmeidig wie gesagt ich habe gerade keine ahnung wobei ich könnte eigentlich die tanks könnte ich doch eigentlich eigentlich ist so ein schönes wort eigentlich ja theoretisch auch also theoretisch müsste das ja funktionieren theoretisch eigentlich so tanz ob dazu geht ob der datt akzeptiert akzeptieren sie auch besser modus input was heißt denn dieses grün bei der konfiguration von den dingern kennt sich damit ein bisschen aus von welchen dingern von den maschinen ja keine ahnung da fragst du definitiv den falschen wenn einer da keinen plan von hat dann ich jetzt fällt mir gerade auf jetzt habe ich so viel von diesen scheiß saplings gefarmt und eigentlich brauche ich nur zwölf davon jetzt habe ich drei stacks freunde ich hatte doch gerade eben drei tanks oder bin ich behindert da war einer wo es 18 war auch ich passt passt nicht scheiße genau einer fehlt mir jetzt noch das müsste doch eigentlich klappen eigentlich ich sehe schon die ganzen kommentare wo gedicht gesperrt werden macht ihr doch mal eine pickaxe mit fortune würde ich gerne aber ich habe nicht genug level dafür und haben tue ich auch keine leider gottes so wie kriege ich dem scheiß tank gesagt oder dem scheiß eruptiv extrudierer dass der darauf zugreifen soll ich glaube du musst recht wasser und links lava anschließen nicht gehst du meinst du dazu das wird so wie sie sagt jetzt modus output input output input weißer was das kommt hier wieder rein so machen wir das jetzt einfach dann habe ich hier nämlich mein mein lava reservoir da haben wir auch noch einen tank so jetzt haben wir das erste schon mal fertig hier drei drei ja ja so was brauche ich jetzt noch ich brauche die responder ships davon brauche ich auch nicht 16 davon brauche ich 14 mache ich hoffentlich so genau 14 1 2 3 4 bleibe ich dann hier wenn wir noch irgendwo eisen eisen haben wir nicht 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 oh gott meine schmelze ist so voll ich habe über 1000 waren irgendwelchen kram in meiner schmelze drin oh da sind noch Fisch drin ha irgendwo wird ich noch ein das habe ich falsch gemacht eisen haben wird er jetzt mal voller 14 Stück das heißt ich brauche 14,28,56 156 56 von den sag mal 56 super 56 brauche ich davon und ich habe 15 doll freut mich doch schon wieder ich kann wieder von vorne fahren gehen ooooh ich dachte ich werde mir das scheiß baum fahren nein wohnst du in der nähe einer u-bahn oder am flug haben flughafen ist das jetzt gerade also oh gott wie sieht mein arm aus oh gott moment dafür muss ich mal ein foto verschicken zu madame hä freunde sich wie es handelt oder was naja ich habe äh äh nemo war vor ein paar äh am freitag bei mir also äh eine freunde von mir die mit der ich äh auch ein projekt mache und dann haben wir gesagt ja komm haben langeweile lass mal einen livestream machen und dann kam irgendjemand auf die idee sag mal kann man auch spenden dafür dass sie dir schmerzen zufügt und dann gingen die preislisten rum das oh mein ganzer arm ist blau was hast du denn abgekriegt ähm so einiges also da kamen teilweise 30 40 euro spenden wo es dann darum ging ja backpfeife schlag auf den hinterkopf kräftiger schlag auf den oberarm und was das in ihr alles kein hoden kneifer zum glück nicht zum glück nicht das wär dann äh schmerzhaft gewesen ich hab auf jeden fall an dem tag sehr gelitten ja so minions ich krieg nochmal zu tun hier aber das war lustig lustig orange ist das orange das ist orange aber ich bin so produktiv diese folgen hier ja irgendwie kurz vor der kurz vor der games komm ist wird man noch mal produktiv ne ja das licht an der an 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 der aura des kommanders ach hör auf die befehlungen der füllt sich auf jeden fall immer selbst das heißt muss nur lava nachfüllen seht ihr das das funktioniert auf jeden fall haha ja nehmen wir jetzt hier die scheiße raus blau brauche ich noch purple da was passt so das heißt wenn ich jetzt theoretisch da haben wir es wieder wir probieren theoretisch wir haben ja 570 von den kabeln kabels probieren wir es einfach mal wenn das klappen sollte erspare ich mir damit eine menge arbeit euch eine menge scheiße die ihr euch anschauen müsst und wenn es nicht klappt könnt ihr euch wieder über irgendeinen scheiß lustig machen oh ja alter 365 kabel habe ich von der kacke ja dann gib mal 64 rüber hier um freien ach ja armenien ihr habt noch zu tun ihr seid noch lange gefällt dass die bei dir noch nicht rebelliert haben und gesagt haben ne also ja die können ja bei mir in einer wohnung leben und kriegen immer essen und alles und dafür müssen sie halt sehr 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 viel arbeiten deswegen ist auch keine bezahlung aber ich hätte gerne noch ein paar mehr slawen die arbeiten wir nämlich zu langsam los schneller ich kann es ja noch auspeitschen erstmal ka-ching, 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 ka-chong auch so viele saplings ich weiß gar nicht mehr wohin damit also holz habe ich auf jeden fall erstmal genug da kann ich mich nicht mehr darüber beklagen wobei ich könnte einfach auch so ein Lava-Ding bauen oder? oder war das Ding, was war denn das Schlimme? war die Lava-Fabrik die kacke? warte mal Lava-Fabrik war die Abkürzung 619 sonst brauche ich einfach eine zweite neue Lava-Fabrik 619 nein doch ich habe es trotzdem noch weggeworfen hier ist die, gib sie wieder her ne, da brauche ich die Magma-Creme davon haben wir nicht genug Magma-Creme Magma-Creme, schön oh Gott, wie sieht denn das hier aus, Mensch? ja, mach mal schneller hier los, lauf! ist die Frage, brauche ich dafür jetzt ne Pneumatik? ne wat? hoppala ne Pneumatik Pneumatik los, Leute! ihr seid noch lang nicht fertig heute hallo, kommt ihr mal let's go, hier los, leider komm Kisti, wir gehen jetzt mal weiter arbeiten hier, das Lagersystem willst du noch Saplings? oh ja, du hast noch Saplings oh ja, du hast noch Saplings was habe ich denn jetzt gesagt? 56 brauche ich pfff, 30 haben wir es sieht so behindert aus, ich weiß, es tut mir leid oh Gott so erstmal sehe ich wieder Zombies hier oh Gott, wie viele sind denn das bitte? und der hat nen Dino aufm Kopf gib her, gib her, gib her, gib her, gib her gib, danke nen T-Rex, geil, ich habe jetzt nen T-Rex, gut hm haben wir oh, neuer Axt hier zip brauche ich dafür Pneumatik Freunde, was sagt ihr? oder muss ich aber noch selbst anlegen, ey kann ja nicht sein hier mit den ganzen Sklaven hast du schon welche, aber nein, sie machen es nicht sie sind sich zu fein für ach Freunde, ich weiß es nicht so ein Freiwilliger, er hier, ja komm ja zumindest wird der Tank auch voller aber trotzdem habe ich das Gefühl, als wenn der eine Tank oder der Tank jetzt nicht so schnell voll wird wie vorher oh Gott ich hasse es, wenn Bäume direkt von meiner Nase wachsen ich erschrecke mich da jedes Mal so dermaßen komm Kisti, wir haben noch zu tun komm Kisti, wir haben noch zu tun na Skelett was ist das, wie geil, ich hab nen Creeper mit nem Oktopus auf dem Kopf nein, du explodierst nicht, ich will dich haben vielen Dank geil du könntest auch bei ner Hut-Challenge mitmachen, oder? ja, äh, definitiv, ich hab äh da kommt noch einer Moment und noch nen neuen Hut jetzt bleib stehen, ich will dich haben ein Partyhut Männer mit einer Tröte ich habe 15 Seiten Hüte also ich hab auf jeden Fall genug das wär echt mal ne Idee, so nen Hut-Wertbewerb zu machen so, Leute, das war kacke, weil ich hier gebaut habe es tut mir leid so, Minions, letztes Mal und dann seid ihr fertig dann habt ihr es erstmal hinter euch Kisti, haste alles, dann komm hä? sag mir, was hast du denn dabei? ach, das sammelt jetzt immer den ganzen Müll ein das ist nicht gut für dich komm mal her, hier mein Fuß ja, brav ich krieg so leckerli ich glaube, ich muss mehr Pneumatik bauen Pneumatik Pneumatische Servos ich hab immer noch keine A50-Sapplings oh, das ist da zum Verzweifeln und die Folge ist auch schon wieder zu Ende, Mensch meine Scheiße ich werd das Lager nie fertig kriegen ich seh's kommen ja, weil du da zu viel Hüte farmst ja, ne, die fahren ja nur nebenbei wenn die Viecher mir entgegen kommen oh, einfach so viele Saplings ach, Mensch hoppala, scheiße, dinas wollte ich nicht tu mir leid, tu mir leid, tu mir leid, tu mir leid oh, ne, hat noch einen neuen Hut was ist das denn? nein den hab ich schon, scheiße wie ist das aus, bist du fertig? Moment mit den Nerven nein fertig mit den Nerven, ja, dann bin ich auch langsam noch scheiß lange ist, den ich fertig krieg ficken das muss ich jetzt noch eben machen, Freunde das geht nicht anders jetzt leckt doch noch der Server bei mir leckt nichts ja, jetzt bin ich soweit fertig alles klar, tschüss gut, mach doch hin, bis dann bis dann